... ... ... ... ... Das war es nicht so gut, es war es so gut. Bis zum nächsten Mal. Wir haben heute eine große Herausforderung, die wir heute haben, wie wir heute waren, haben wir heute gemacht. Wie viele Beneficiaries haben wir heute gemacht? Wir haben hier ein Beneficiertes, die wir heute haben, die wir heute haben, aber wir werden weitergehen, und wir werden noch ein Assessment Camps. Wir haben ein Verständnis auf 5.0. Wir haben einen Verständnis auf 5.0. Wir haben einen Verständnis auf 5.0.